nie wieder er verlieren imagine aber oder vielleicht wurde das match geliebt aus und deswegen wurde aus dem das match nicht gezählt ja ich das kann echt sein weil die im schein haben ja ganz also ich bin schon sofort rausgequittet deswegen kann ich nicht sagen ob die noch am ende gefriest haben also halt so die credit haben die ja kann ich weiß das ja nicht kann ich nicht sagen wenn kann ich nicht beurteilen bezeugen wo war ja nicht da habe gekürtet weil mich das game getrackert hat ich war erster bei der wahl ich hatte nur fünf kids aber ich war erster das ist alles was zählt also immer wenn ich erster bin fünf kids haben wir meistens eine 1 zu 4 klatsche bekommen soll ich dir auch sagen martin ja haben wir auch bekommen 1 zu 4 wirklich 1 zu 4 haben wir die sache stellung ist halt stellung und herrschung ist ja wohl eigentlich ist alles scheiße aus den cdm ja ich wollte ihn auch ok die bannen die bannen schäcke die bannen jammann die ok was lustig ist wir haben wirklich einen thatcher zur verfügung ja was wollen wir bannen ich dachte du spielst pdw digga laser aus 80 meter entfernung wieder ok oh die mails haben gegner haben wieder vorsprung und machen gerade nur kids war es ein wunder ist nicht so winnable nicht so nicht so gut so eine konzentration jetzt jung ja gleich die bannen schäcke und oryx das gibt überhaupt keinen sinn die bannen sich einen romklierer und bannen den besten roma das ist ja immer so ok du spielst fachschach dann spiel ich vermieter musst du nicht naja muss ich weil die mails keinen vermieter spielen werden du kannst ja auch ace picken wenn du den hast ja ich hab keinen bock auf ace ja aber der erste spielt ace na ace hat halt die beste wache und hat smokes genau und du kannst ja wenn ich thatcher sitz mit bannes weg kannst du das bannes dran werfen dann gehst du im piekloch wenigstens rein und du musst nicht reinlaufen zum breachen das war ja schon aimbot style und die regner am hyping btw also höher als wir ja oder mich nicht die 60 rum das würde bedeuten für den fettschatz doch gereicht mit seinem kopf und da wird viel und dann wird der der die und die 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 Ich versteh auch nicht mehr, die Mates sind auf den Punkt, jede... Ja, ja, ich muss jetzt was ganz im Punkt. Ja, na wunderbar, okay. Moin. Hi Thomas, sind grad schon ran. Du kannst erst mal einspielen, bitte. Wär lieb. Ah, es geht hier. Wow, okay, nice. Worte ist geworfen, wahrscheinlich. Red Dropper, Red Dropper. Ich hab... ich hab... er hat's geworfen. Polz ist in Mining. Mining, okay. Ja, er gammelt dort. Ich bin ein bisschen... am Rundo, am Rundo. Und welchen bin du? Piano, hängt... er liegt unten am Rundo. Ja, ey, ey, ich hab grad leider wirklich die Uhr gehabt. Ja, okay. Suboptimal. Oh, man. I'm pretty passive here, by the way. Uh-ha. Polz ist in Mining, nur noch. Ey, Polz ist totlos. Wackert Polz, oder? Weiß du, das war gut? Piano. Wackert Bennett. Äh, White Stealth. White Stealth. White Stealth und Piano. Piano ist Bennett und White Stealth ist... ...Jäger. Ich weiß nicht, wer das war. Das war White... Das war... Piano. Bennett ist dead. Ja. Wo Jäger momentan ist, kann ich... Er ist im Freezer. Er ist im Freezer. Was ist denn los mit dem? Ich verstehe nicht, was wir match machen. Verstehe ich auch nicht. Ich dachte, ich gehe auf Blend und da ist Raph Stapes. Ich dachte nicht, dass der Onster im Freezer ist. Okay, also... Ach, so ist GDDoS oder was? Vom Gegner oder was? Ja. 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 Wie kann ich so spielen? Ich weiß nicht, dass die immer schützt sind. Wie kannst du spielen? Ja. Ja. Martin. Hm, Thomas, ja. Ja. Ach, warum kann Toni spielen? Ich dachte, Toni ist ja wohin gefahren. Äh, sie fahren die Nacht irgendwann. Werden wir jetzt ernsthaft GDDoS? Ja, das ist ja ernst. Sagst du mir, wenn ihr ne Runde seid, dann bin ich leise. Ich bin in der Runde. Ja, ich meine, in der Runde, in, 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 in. Ja, ja. Ach, also könnte ich gar nicht bewegen oder was? Ja, jetzt können wir wieder, natürlich, aber da gleich wir nicht mehr. In der Runde, in, 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 in. Ja, ja. Ach, also könnte ich gar nicht bewegen oder was? Ja, jetzt können wir wieder wieder. Ich dachte nur, dass der On-Spot ist. Äh, nein. Die waren nicht On-Spot, die waren überall außer On-Spot. Ich verstehe den einfach nicht. Wir müssen einfach nur, ja, es geht ja wieder hoch. Ja. Es geht ja von den Gegnern raus. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ja, dann kommt es. Bei denen. Ja, da war der, 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 der. Ja. Da will ich ja die Elo kriegen, deswegen hat das auch ein Konnektes, ja, das Spiel. Das ist ja, das ist ja. Das ist ja. Ja, hier. Tu mal. Two times go for ita. Ja. Two times go for ita. Ja. Die spielen momentan auch noch ISL. Was ist? Ich bin wahrscheinlich gerade momentan auch noch ISL, sonst, sagst du mal. Italiener, die, was bekomme ich Italiener noch hier. Das Ding ist halt, wenn es so weitergeht, ja. Wir sind, aber wie ist es bei uns in der Cheetah? Das verstehe ich nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht sehr gedidosen, das macht es einfach falsch oder so. Weiß auch nicht. Die Leute sind echt so doof zum DDoS, ne? Mein DDoS ist mein eigenes Gehirn, ein bisschen doof. Ich habe oben die roten Auskunftszeichen, heißt damit jemanden töten oder nicht? Ja. Ja. Gerber lags, ja, nochmal schon. Du kannst es testen, wenn du Gadget oder Drohne abschließt. Smoke ist im Kitchen Prep. Ich weiß. Ja. Jäger kommt zu Reading, also Small Bakery, ja. 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 Ah. Ach Mann. Ja. Jäger war noch in Bakery Einer kommt Kitchen Wrap Einer kommt Kitchen Wrap wieder Einer ist oben Auf diesem Dienst Es ist gewesen Einer ist Kitchen Wrap für uns Aber nicht Ja, ist ja Lens aber Kitchen Wrap, pass auf Fuck Meldenten Ich bin so scheiße Smok hab ich schon geholt, aber auf jeden Fall. Oh, ist wunderbar. Ja, wie gesagt. Ich denke, ich spiele kein Heim, Toni. Ja. Okay. Ich spiele kein Halbütsch mehr, ich sterbe die ganze Zeit mehr. Willst du Täter spüren, dann spiel ich elf. Ja, bitte. Wo fährst du denn eigentlich hin, Toni? Äh, zum Andi Müritz. Wo? Müritz. Müritz. Ich bin, ich habe in Geo schlechte Noten. Wo ist das? Ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ah. bad is cut red red shares harry potter warum er immer dahin läuft ich glaube er wird ein auto an oben machen und die vier auswerfen da oben piano war was scheinbar dran piano auch ja ja ein piano ich denke dass ich auf piano setze deinen winkel auf und so eine bakery dort stehen aber ich mache schon mal die kitchen fettband auf ach der ist offen jetzt los oder aus oh er ist so close close über den überniveau close close links Close links, mit einer Shotgun Warte mal, ist kein Drohnen, habe ich zum Rezipieren Bakery selber ist gerade frei Der steht hart, aber nach der Füchung wird vor Das heißt wiederum für unten Das lag wieder, oh nein Diese kleinen, ich komm unter rein Hier DDoor ist er wieder, ja, ich verstehe es einfach nicht, warum Weil die ist einfach so auf die Kette gegen DDoor So, ich habe einen Diffuser, warte ich gehe jetzt auf Bland Covers für mich ein bisschen Ja Komm links hinter, an der Door, an der Door An der Door? Oder an der Main-Door Nein, hinter, hinter Bakery-Door, toll Niveau Bakery Ja, ja Warte, auf Pin Ja, das ist, du, man verliert Zeit, man kann Blenden gehen, die DDoor sind, das sind dreckige... Boah Das kann nicht mehr Das kann nicht mehr Seiche dämlichen Lötige gegen den Scheiß Report rein Ich sehe das Ohr Ganz ehrlich ey, Ubisoft, ihr macht was für euer Dreckskin ey Daher steht 0,3 weil... Mann Und ich stehe 4,3 und trotzdem verlieren wir, weil wir nicht auf Bland gehen können Wir sind 2 vs 1 und können nicht auf Bland gehen, weil sie DDoor sind, die dreckigen Bastarde Ich brauche eine Bandit Tricken in so einem Moment, das ist sinnlos, ich kann es gar nicht probieren, aber es bringt nichts Weil es ist sowieso, in dem Moment, wenn du was machst, ein DDoor anhauen, du kannst ihn platzieren Und werfen ihr Gadget irgendwo noch, das ist ja besser, weil ich muss platzieren, die müssen nur werfen Mit Ace zum Beispiel Zündfrei, absolut zündfrei Kann ich gleich wieder auf Smurf wechseln, nöger, mit DDoor sind Okay, spiel nicht mal, hi Elo, digger, Platin 1 höchstens, im Gegner-Team ist 1 Dir Aber save alle Dir, deswegen sind die auch alle am Gewinn, weil die alle DDoor sind Ja, ich komme auch auf Smurf, ich bin sowieso noch nicht so Ja, ich spiel grad auch Shit, aber Das Ding ist halt, Eurgo Smurf, Eurgo Smurf haben halt einfach den gleichen Rang wie mein Account, ne, das ist halt einfach so Haha Ja, ist egal, dann können wir wenigstens verliegen Alles gut, die Sache ist halt wirklich, dass sich das ankotzt, weil Weißt du, wenn ich, wenn ich verliere, weil die irgendeine Bösen sag ich, gut, okay, aber wenn ich verliere, weil die irgendeine Bösen sind einfach die DDoor sind, das kriege ich auch Warte, ich glaube, ich traue Hage wegen Rainbow Ja, ich denke, so Äh, Ping hat nichts, weißt du, was reicht, als wir was mit Pizzika Ping haben oder ja? Martin, das erste graue H, das du bekommst, musst du in die Gruppe schicken Was soll ich machen? Wenn du ein graues H bekommst, musst du es in die Gruppe schicken Kannst du dich offiziell Alten nennen Kannst du dich offiziell Alten nennen So? Ah, okay Echt? Wow Oh, gut genug, leider Verdiming Kräck, verworfen wir auch noch Elende Bastarde Das ist eine Erschweiß Toni, ich hab's geklatscht Was gehe ich jetzt? Naja, ich weiß Aber ich schreck auch, dass es schlecht ist wie der Made wieder geküttet ist Ok, was spielt ich jetzt oben? Gute Frage, nächste Frage Okay, wie ist das? Wir brauchen auf jeden Fall eine Jera Ich höre nichts mit diesem Kopf her, ne? Irgendwie kommt mir das... Ich bin gerade auch irgendwie nicht richtig im Game. Das ist absolut shit. Ja, okay, der Gegner spielt auch 0-4. Ich kaufe mir, glaube ich, morgen einen Astro-Martin. Aber einen A40 bloß kann A50. Für A50 bin ich zu arm. Aber nee, A50 ist mir einfach nicht wert. Kann nicht sein, du bist Bayer. Das schwimmst du auch an Geld. Das kommt jetzt echt zu dumm, wenn ich sage, ja, natürlich habe ich genug Geld, aber das wäre es mir wirklich nicht. Aber wie viel kostet das? 370 oder so. Nicht wert, wenn hättest du. Achso. Ach, Mann, Alter. Ah, 40 kostet bloß 160. Komm, jetzt ist ein Defense. Da springt den D-Dos. Das Leben ist oben, ist halt shit. Ja, aber... Die müssen nur runterspringen. Deswegen ist oben rein zu gehen, ist voll dumm gewesen. Ja, in Manu könnte auch nochmal reinspringen. Die werden einfach reinspringen. Natürlich springen die einfach rein. Die werden unter dem Reinspringen, die D-Osten, aber dann ist er uns bald. Dann könnt ihr nicht killen. Ich muss das halt richtig teilen, dass wenn er rein spielt, dann D-Osten 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 D-Osten. Die 4 funktioniert nicht. Doch, die 4 funktioniert. Nein. New Hedge, New Hedge offen, New Hedge offen. New Hedge, New Hedge, New Hedge. New Hedge, 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 New Guck mal, du musst dich Maridos noch mal ans Platze machen, weil er einfach ist es ja nicht. Ja, es geht so. Du callst aber auch nix, Toni. Wie soll ich den callen, wenn ich hinter dir stehe und das nicht weiß? Du guckst ja in die Richtung und siehst doch, dass der Meter schiffen kann. Ja, ich hab mich grad hingedreht. Ich wusste ja nicht, dass er vom Freezer kam. Wieso legst du dich überhaupt in den Rainbow? Gar nix. Wieso gehen wir später hin? Weil ich mich grad hingelegt habe. Um auszuruhen, um COD Mobile-Racer Spinner zu spielen. Vom Freezer-Hower war auch einer. Geht jetzt schon wieder, ich spiele jetzt Mira, wenn ihr hochgehen wollt, dann muss ein anderer. Ja, gut, haben wir. Das ist so sinnfrei. Wie kann man denn hier... Mein Gott. Oh, wow. 500. Mann. Mann, also Thomas kann ich vor schon, Aena hat gequittet, Aena hat ja nur Kürze in mein Team. Ich will nix sagen, aber ich hab... Also ich werd... Ich weiß nicht, ob ich überhaupt bis dieses Scheiß-Dilus-Dilus-Dilus-Dilus-Dilus-Dilus-Dilus-Dilus-Dilus-Dilus-Dilus-Dilus-Dilus-Dilus-Dilus-Dilus-Dilus. Jäger hat meine ganze Mehrwertes versorgt. Jäger hat meine ganze Mehrwertes versorgt. Jäger hat meine Mehrwertes versorgt. Jäger hat meine Mehrwertes versorgt. Jäger hat meine Mehrwertes versorgt. Darf ich ihn töten, Toni, bitte. Mach mal. Digga, wie, ich hab letztes Anregel gespielt. Wir haben drei Spanien-Teams. Ich hab ganz mal gespielt. Ich hab zwei Kaffee gedacht, ich glaub die wollten. War dann eine Toxik auf mich. Hab mich geteam killed? Ich hab nicht mehr zurück die Team killed. Die haben mich weiter geteam killed. Alle drei. So. So. Gleiches Anziehen. White Stairs schon. Noch in der White Stairs. Und in der White Haube, äh, White Window hier. Bei mir im Window. Oh Gott, ja. Ne. Ja. Dieb ich. Am A-Window. Am A-Window, Toni. Rechtsfall ist ein Window. Ich weiß das. Ich weiß das aber nicht. Das ist ein Window. Ich hab das nicht. Und es ist dein Window. Das ist ein Gasgehop. Ehh. Ah, das ist ein Gasht. Der Gasht, das ist ein Gasht. so und red top sind es bei red haben sie gebiets schon wenn wir gleich reingehen auf den cigare albiano bei mate freezer white top glaube ich hat auch mal ja jetzt bin ich über vorder ja im hallway ja white top nun und landen der mates merkt nicht mehr mit wenn du wenn du ja wenn du wenn du weit hoch und hier ist ich habe auch weit geht weil ich das kommt noch ein gegner das war es da wo du davon kam ja ja das wäre ganz gut gewesen da war auch noch einer da war auch noch einer den habe ich gehört bei uns ist eh das also wir reden eh noch viel zu wenig eigentlich mittlerweile also ich habe ich habe es hat ja gerade eine runde ich weiß nicht ja wir haben verloren äh vor allem